Hallo, ich bin Lilla von Puttkammer. Ich bin hier gerade in meinem Atelier in Berlin. Ich wollte euch einen kurzen Text zu meinem Projekt in Werdenberg vorlesen. Hannas Höhlengleichnis Bei dem Höhlengleichnis des griechischen Philosophen Platon werden kleine Gegenstände vorbeigetragen, die als große Schatten an der Wand erscheinen. Die eigentliche Welt ist nur über diese Schatten sichtbar. Dieses Bild möchte ich aufgreifen und ihm als weiblichen Kontrapunkt die Philosophin Hannah Arendt entgegensetzen. Sie schreibt in ihrem Text über Sokrates, dass wir nicht wissen, was absolute Größe ist, sondern nur, dass etwas größer oder kleiner in Bezug auf etwas anderes ist. Elemente aus meinen Bildern, erfundene und gefundene Gegenstände bzw. Beobachtungen werden zu kleinen Tonfiguren geformt. Aus dem Spiel mit Licht und Schatten, den Maßstäben und deren Vertauschung wird eine ortsbezogene und vielschichtige Installation entstehen. Das ist jetzt soweit der Plan. Mal gucken, ob es dann wirklich auch so wird in der Umsetzung. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Festival Groß und Klein 2021 in Werdenberg. Ich hoffe, ihr kommt alle auch. Ich freue mich auf jeden Fall.